Mein Urlaub. Mein Urlaub war ausgezeichnet. Ich bin nach Deutschland mit meiner Familie gefahren. Ich war hungrig. Ich habe Schokolade und Bonbons gegessen. Das war sehr lecker. Ich habe in einem Gasthaus gewohnt. Das war die beste, sehr vornehm. Ich bin Einkaufen mit meiner Mutter gegangen. Ich habe Gummibären für meine Freunde gekauft. Dann habe ich einen Film im Kino mit meiner Cousin gesehen. Es war fantastisch. Mein Urlaub war die beste. Bei Holly Trimmer.